Was willst du sonst noch von mir? Ich frage mich aber, wie ist es da machen wir mit den Herausforderungen? Wenn man sich da dann irgendwann mal... wahrscheinlich mit der Kiste oder so. Ja, safe mit der Kiste oder so, 100%. Also, ich meine nicht die Schlüssel. Ja, ich bin heute schon ein bisschen... allgemein schon ein bisschen komplett im Arsch daheim. Aber es war ein bisschen... das ist nicht so anstrengend. So, dass ich jetzt... ich wirklich auf... irgendwas fokussieren kann. Zu 100%. Ich genieße jetzt einfach nur gerade irgendwie... streaming-mäßig mit euch zu streamen. Aber es... kopfmäßig ist die Arbeit schon ein bisschen sehr... sehr am Arsch. Heute relativ... sehr stark verwirrter Stream. Wie ich jetzt nur mal kurz dazu gesagt habe. Jetzt ganz sehr, sehr gut streamt. Das ist ja durchrutschen, was du willst. Jawoll, das ist ja... Das tut ja nur so, der Wappen. Geht da normalerweise auf, wenn du sicher. Ja. Opa. Warte, warte, warte. Hahaha. Irgendwie tue ich gut. Hahaha. Er gehört dazu. Ja, er gehört dazu. Ja, er gehört dazu. Okay. Boah. Viel Spaß. Hahaha. Achso, vielleicht zoomen dann den hier. Ja, geht auch nicht. Okay. Das werden wir schon wahrscheinlich herausfinden. Nein. Nein. Ah. 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 Ist das auch wenigstens eine Fähigkeit, die was auch bleibt, weil die Flügel sind schon wieder weg. Das hat mir nicht geholfen. Das hat mir nicht geholfen. Das hat mir nicht geholfen, Alter. Oh. Aufgereist. Das. Das ist gefährlich. Boah. Viereck, Viereck und dann Kreis. Oh. Da, ganz gefährlich. Jetzt kommen wir noch an die ganze Schlüssel. Boss Tor Schlüssel. Ah. Damit ich dann allgemein gegen ein paar Bosse kämpfen kann. Oder den Hauptboss der Welt. Nun haben wir sie erstmal mit der Musik. Sagen wir mal Hallo. Wie soll mein Scheiß? So geht der Wappler. Schließe bei der Herausforderungsakte in den Areal ab. Erhalte den Boss Schlüssel. Let's go. Aber immer wieder mit den exakten Sachen zum Sammeln. Hm. Finde ich cool. Ui. Wahrscheinlich innerhalb einer bestimmten Zeit. Seid. Natürlich meine Lieblingsstages in 2D. Richtig geil. Sowas erlebe ich. Opa. Schieß mir ja nicht eine Wappler. Ich brauche einen S-Rang. Ich schwitze schon. Siehst du das? Ich schwitze. Ich schwitze. Ohohohoho. Opa. Ohohohohohohoho. Ist ja die Frage. Ab wann nimmt das? Oder ab wann hab ich kein S-Rang mehr? Ja. What the fuck? What the fuck? Okay. 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 Da frage ich mich jetzt. Da verlangen sie. Was ist jetzt los? Schwierigkeitsgrad. Ui. 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 Wenn ich das jedes Mal ausbremsen kann. Mhm. Okay. Das ist schon mal definitiv herausfordernd. Du kannst es jedes Mal einsammeln. Das ist ja das gute. Ja. 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 Man muss ein bissel tricksen. Aber es ist gut. Es ist gut. Es ist gut. Bisssel leichten Ticken herausfordernd. Hey. Wir haben sogar alle Sachen reingesammelt. Pst. Äh. Das hätte mir nicht erwartet. Ui. Ui. Schleesla.